Okay, ein Tag mit einem Darsteller... Achso, eine Darsteller! Oh, 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 meine Al... Warst du schon mal was mit einem Mann gehabt? Mit transsexuellen Jahren. Also ich sag's mal so, Loch ist Loch. Ich war der einzigste Mann und zehn Frauen, eine nach dem anderen, wo der Freund auf Geschäftsreise war. Ja, wir kennen, ich kenne Egon. Wir kennen Egon. Ich korrigiere. Wir. Wir kennen alle Egon. Hier geht's immer ab. Jetzt in die Mädels immer und mache immer Actionchecksen. Alter Schwede. Das ist aber auch ein Hammer. Ist das ein Arschhammer. Oh, ist das ein geiles Stück. Was ein kleiner Hinterlager. Und diese Röcher. Oh, da will ich gerne rein. Hey, wer willst du denn? Lass die Finger von meinem Fick schlippen. Yo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen heute zu meinem Video. Freunde, ihr seht, wir haben die Ikone himself dabei. Egon Kowalski. Genau. Freunde, ihr kennt ihn wahrscheinlich aus unsäglichen Filmchen, die im Internet kursieren. Es ist nämlich... Egon noch aktiv? Wenn man das so fragen darf? Ja, okay. Der Futterlugen Egon. Heute, Freunde, verbringen wir einen Tag mit Egon Kowalski und wir werden später noch auf die Reeperbahn gehen und dort einen Club besuchen, wo uns der Egon mal ein bisschen rumführt. Genau. Deswegen, Freunde, würde ich sagen, wir starten direkt rein mit dem Video. Let's go. Du, Egon, was machen wir eigentlich in dieser Autohalle hier? Du hast mich hier auf dem Platz bestellt. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen. Ja, wir wollten uns in der Mitte von Deutschland treffen und das ist hier in der Mitte. Das gehört meinem Kumpel dem Feuerstein-Cars. Hier regnet es nicht rein. Fertig aus. Deswegen sind wir hier. Bist du auch ein Auto-Enthusiast? Ja, also für mich ist das eigentlich ein Gebrauchsobjekt und diese Abteilung kann ich mir einfach schlicht und nicht leisten. Ich krebs am Existenzminimum rum. Wenn wir jetzt hier ein Auto raussuchen müssen, womit man die besten Frauen polen kann. Ja, rot. Vielleicht holen wir uns noch eine Expertise dazu. Genau, mein Kumpel. Grüße gehen wir nochmal raus an den Feuerstein-Dreh. Hi, mein Lieber. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Das sind seine Autos? Ein Sortiment. Auf meinem Kanal haben wir schon mal ein Video gemacht, da hatten wir den RSQ8R. Das haben wir festgestellt für dich, das beste Auto so im Allgemeinen. Ja, ja. Da hat die Leistung, vier Platz. Auf der Rückbank kannst du eine weghauen. Genau, große Rückbank und der Hund passt auch noch rein. So, der kommt aber danach erst rein. Ja, ja, genau. Muss ja jetzt, da brauchen wir ja nicht um den heißen Brei rumreden, Rückbank ist wichtig. Auf der Rückbank, wie stellt man das an? Gibt es da einen To-Toy-Fib? Da muss man gelenkig sein in Erster Linie? Genau, also die Frau-Fahre, du kennst das ja, wenn sie einen Katzenbuckel macht, dann kommst du ja auch höher, dann hast du schon den Salat. Dann wird das nicht. Also das wäre jetzt ein Schinken, wo du sagst, Egon, da kann man ein paar Frauen, ein paar Torten genießen. Ne, da kannst du mit abgreifen, wenn du mit so einem Teil vorfährst. Wenn ich jetzt eine Frau wäre, wie würdest du das Ganze denn jetzt angehen? Die Frau hat falsch geparkt. Dann muss man sie bestrafen. Und dann kann man sich ja auch mit gewissen Sachen einigen. Ja, einfach hier einmal rumdrehen, die Fratze hier drauf und dann so weg und dann den Mini-Rock hoch. Bro, Bro. Machen wir nicht so, Freunde. Machen wir nicht so. So, das wäre doch romantisch. Okay, chillig. Das kann man mit der Beifahrertür machen, mit der Rückbank, mit dem Kofferraum, die gleiche Nummer. Ich habe schon mal Videos gesehen, rein informativ natürlich, wo einer gefahren ist und die Frau andersherum drauf war, in einem Test. Das Video habe ich auch gesehen. Die hatten natürlich auch noch 200 kmh da rein. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das mir noch zutraue. Grundsätzlich könnte man es schon machen. Das geht, das funktioniert. Du musst halt eine Erexion dabei haben. Die ganze Geschichte ist eine Kopfsache. Wenn du geil bist, kannst du auch im Meter hohen Schnee auf den Grabstein was hinkriegen. Und wenn es nicht ist, hilft dir auch kein rosa Plüsch mit Wasserbett. Wie schaffst du es dann immer mental stark zu bleiben? Entweder man hat es drauf oder man hat es nicht drauf. Anders kann ich das nicht erklären. Okay, dann würde ich sagen, sagen wir diesen geilen Schnitten hier erstmal ciao und fahren zu den richtigen Schnitten hin. Genau. Du wolltest mir ein bisschen was aus deinem Leben zeigen. Du sagst ja, du bist öfters mal in Hamburg unterwegs. Genau, ab zur Reeperbahn. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, wir sind jetzt gerade 5 Minuten nur zur Autobahn gefahren und ich habe schon wieder 3, 4 Storys von Egon gehört, wo ich mir dachte, das kannst du nicht erzählen. Und Egon sagt, das ist der normale Shit. Das ist alles normal. Ja, Standard, wenn man in so einem Business tätig ist. Erstmal, wie alt bist du? Ja, ist schon eine 6, ne? Was? Ja. Wann hast du denn begonnen? Was? 60? Bekommen überhaupt Sex zu haben? Wann hat man begonnen? Ja, weiß ich nicht. Mit 15, 16 hat man sich da mal Gedanken drüber gemacht, ne? Und wie war dein erstes Mal? Boah, warte mal, peinlich, glaube ich. Ich habe mit einer Klassenkamerade in Schule geschwänzt und dann hatte ich von so einem P***er Heftchen beim Onkel, habe ich gesehen, dass man das Mittelbein in den Mund stecken muss. Sie stellte sich ein bisschen spröd an und hat ihn nicht aufgemacht. Da habe ich dann so und so, ich sage, komm, zick nicht rum und bla bla bla. Ja, und auf einmal... Bro, was ist das für ein Video? Ja, mit allem sind wir, also, zick nicht rum. Chat, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ich guckte das und dann kam die Rotze dann raus, ne? Da musste ich natürlich auch im Schulhof erstmal Erkundigungen einziehen, was das überhaupt gewesen sein könnte, ne? Dein erstes Mal war quasi Oranverkehr. Ja, ja. Und wo war das? Also es war schon aber zu Hause irgendwo. Nee, nee, das war irgendwie, wir haben Schwule geschwänzt draußen, irgendwie so eine Baumhütte. Ganz geschält halt, ne? Eine Baumhütte? Ja, ja. Hä? So im Wald, wo man sich versteckt... Wie hieß das? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Futterluke. Futterluke 1? Ja, Futterluke 1, genau. Hast du gezählt, wie viele Damen du beglückt hast? Es gibt ja hier so Buddy-Count oder so, habe ich nie gemacht, aber wir gehen einfach mal ganz geschält von vierstellig aus. Es ist ja ein hohes Risiko auf die Krankheiten, ne? Also jetzt muss ich ehrlich sagen, ich mache das ja halt ein paar Jahre, schwere Krankheiten gibt es nicht. Was? Vierstellig? Er hat einfach mehr als ich auf Konto. Ganz gechillt, ja? Nicht den großen Lachs. In dem Business komischerweise nicht. Ich bin wirklich der Fest zu erzeugen, wenn ich heute Abend in der Kneipe mit einer Frau mitgehe, fünf Bier und wir gehen nach Hause, da hole ich mir eher den Hotz als lieber in einer Darstellerin. Wie bist du denn überhaupt reingerutscht? Man hat dann Bewerbungen, Bilder gemacht vor der Schrankwand in Tiger-Unterhose. Das hat man dann zu den Filmproduktionen geschickt und manche haben die dann zum Casting eingeladen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich durchgesetzt und bin hier. Hast du was schon immer? Ja, Legende, Maschine, Qualität. Knüppelharter Typ, sag ich mal. In den ganzen Jahren kann ich mich kaum erinnern, dass ich mal abgeschmiert bin. Erektionsprobleme. Ich mache mir auch mal kurz was zu trinken. Bist du dauergeil? Ja, vielleicht könnte man das so nennen. Darstellerinnen, also Frauen, sieht man das ja nicht an. Die machen ein wichtiges Gesicht dabei oder täuschen irgendwas vor. Bei den Männern sieht man halt die Geilheit oder das Interesse, sieht man ja leifhaftig. Wenn es durchhängt, hängt es durch. Und dann hast du dich beworben und hast dann ein Bild hochgeladen und hast du dein erstes Mal direkt mit einer normalen Frau gehabt? Ja, mit einer Frau, ja. Warte mal, hast du schon mal was mit einem Mann gehabt? Nee, könnte ich nicht. Und mit einer? Mit transsexuellen, ja, ja. Ja, ja. Und wie war das? Ist das dann der Gedanke, dass man denkt, das ist eine Frau? Nee, die sind ja dann unoperiert mit Brust, die Hormone nehmen und da lege ich Wert darauf, dass sie auch ein bisschen feminin sind. Aber dann hast du ja noch etwas da rumschlagern. Wenn dann der Kopf da einmal nachdenkt. Nee, da habe ich kein Problem mit. Also ich sage es mal so, Loch ist Loch. Also was war denn die älteste Gewitter? Zehn. Alpha. Kennt die Leute, die sagen, ja, der ist noch real. Das ist noch ein Reeler. Tage Schechen und die haben dich nur mitgenommen, wenn die die ersten zwei Tage Omas machen konnten. Und wie alt waren diese Omas? Ja, das ging bis zwischen 70 und 80. Also ich glaube, bei den Omas, die ich hatte, da konntest du froh sein, wenn die lebend aus der Szene rauskam, weil die hatte ich richtig Maß genommen. Die hatte ich gepackt, Bürschchen, komm her und dann war es das. Wenn du jetzt mir eine Anleitung geben würdest du dir mal eine Frau richtig beglückt? Wie macht man das? Mit denen ich Kontakt habe, die suchen alles außer den Lappen. Und wenn du schon so weinerlich bist und so weich, da können die nicht drauf. Würdest du sagen, ich bin Lappen? Ja, weiß ich nicht. Das hat alles... Massen wir den Eindruck, so. Ehrlich gesagt. POV, Egon Kowalski nennt dich Lappen. Okay, Bro. Ich habe so das Gefühl, dass du jetzt eine Nacht mit einer Frau hast und dass du dann morgens so hingehst, hier Prinzessin, ich habe dir den O-Saft frisch gepresst und so. Aber das ist doch der Inbegriff von Männlichkeit. Das ist die Männlichkeit. Pass auf, ich sage dir das jetzt meine Philosophie. Achtung, Achtung. Ich sage das natürlich mit ihrem Freundinnen. Weißt du, erzählt die dann, ich hatte gestern einen süßen Typ, super Nummer im Bett, der hat dann O-Saft frisch gepresst und ganz süßer. Die sagen alle, ach toll, aber glaub mir, das würde die so ankotzen, wenn du jeden Sonntagmorgen mit deinem bescheuerten O-Saft ankommen würdest. Sie brauchen einen ganzen Kerl, wollen mal ein paar Probleme haben. Wenn du so aarglatt und weich bist, davon hingeht das Interesse an dir. Entweder man ist ein Kerl oder nicht. Ja, was privat da bei mir ist, das müssen wir ja auch nicht ausdiskutieren. Nee, das gehört ja nicht hin. Nebenbei, wundervolles Getränk. Du hast es ja auch schon mal probiert, ne? Ja, ja, ich sage, ich mache in meinem Podcast auch Werbung dafür und wir sind einer Meinung, das taugt was, mundet. Richtig krasse daran ist auch übrigens, dass es zuckerfrei ist. Das habe ich nämlich die ganze Zeit unterschätzt, weil der kann das wegsippen wie sonst versuchten. Ich schwörs euch, das schmeckt krass. Wir haben ja Restbaby gerade am Start. Bruder, Restbaby knallt ja alles weg. Wenn ihr keinen Bock auf Wasser habt und sowas, einfach mal Holy probieren, dann müsst ihr euch einfach wieder wegholen. Einfach eine Tube von diesem Pulver. Kann man übrigens auch so naschen. Ja, das habe ich noch nie probiert. Das sieht ein bisschen so aus. Warte, ich nehme mal hier so eine Krise. Wenn ihr jetzt Bock habt, genauso wie Egon, eines der Holy-Produkte zu testen, dann geht jetzt auf weaholy.com und gibt den Code Tomster. Das taugt was. Und was ich auch gesehen habe, wir haben ja auch noch eine Kollabe. Macht mich so, da geht es nochmal. Wie Drehs in Südafrika. Das ist der Dreh, den du gemacht hast. Ich kann das ja immer belegen, was ich erzählt habe. Also war da zum Beispiel Drehs in Südafrika. Hast du mit einer farbigen Frau gedreht? Ja, mit vielen da. Wie viele waren da? Ja, weiß ich. Zehn oder so. Ich war der einzigste Mann und zehn Frauen. Eine nach dem anderen. In zweieinhalb Stunden ging das im Pool, im Bett und so weiter. Also das ging an meine Grenzen. So, das vergisst man natürlich nicht. Ja, das sind schon Narben, ne? Das hinterlässt auch Narben, ne? Da zeichnet einer auch halt die Zeit, ne? Aber Bruder, dass der zweieinhalb Stunden marschiert, krank. Ich hab deinem Kollegen hier schon gequatscht. Er meinte, dann haben dir wirklich 18-jährige Frauen geschrieben, dass sie mit dir mal gerne in die Kiste hüpfen wollen. Ja, ja, wir hatten so über Instagram mal so blöd gepostet. Ich bin jetzt hier markiert. Und dann ging das, während wir da im Hotel saßen, ging das dann los. Wir sind in der Nähe, können wir nicht ein Foto haben. Wir können auch ein bisschen vögeln und bla bla bla. Und das war nicht so knapp. Dann gibt es also Frauen, die einfach nur dir Sex haben wollen und danach ist wieder egal. Genau, danach ist wieder egal. Wenn jetzt so eine Frau schreibt, die aber vergeben ist, machst du das dann? Also, Egon Kowalski ist auch ein RP-Charakter. Trotzdem, also... Ja, ja. Also, cool. Bro, wie krank ist das, dass dem so 18-jährige schreiben, dass sie kurz durchgenudelt werden wollen? Bruder, das ist fernweg... Also, Digga, das ist krank. Ist das schon mal vorgekommen? Ja, natürlich. Wo der Freund auf Geschäftsreise war, da musste ich halt im Ehebett... Ich bin ja nur in die Falle reingetappt. So, komischerweise, jetzt, wo wir gerade von dem Ehebett reden, wenn wir uns im Hotel oder so getroffen haben, wo der da war, da gingen die nicht so ab wie im Ehebett, ehrlich gesagt. Das war ja auch ihr Kick wahrscheinlich, ihren Typen so zu bescheißen. Ja, war das dann eine hübsche Frau, also... Ja, ja, Granate. Während ich mir hier noch mal einen mixe, da will ich noch mal was fragen zum Thema Wichse. Okay, cranny. Ja, gut. Währenddessen teste ich noch mal den neuen Geschmack. Das ist hier Blueberry und hat Energy mit drin. Bei den Eistees zum Beispiel haben wir Vitamine und Antioxidantien drin. Äh, Drehpause. Doch. Köstlich. Ja, boah, wie ich weiß, das schmeckt das Zeug. Kann ich einmal ein richtiges Doch? Boah, hast du einen Geil da? So, angekommen an der Reeperbahn, du wolltest mir mal ein bisschen zeigen, was für sie geht. Ja, ja, hier sind so die Ecken, wo ich mich immer mit denen am meisten rumtreibe. Meistens schaffe ich es immer nur bis hier hinten, glaubst du? Ja, aber da steht er am Eingang. Hier enden wir meistens immer. Hi, Ingo, alter Knochen, hi. Alles gut, Mensch, ich lass mich gehen. Hallo, hier. Ingo, mein Lieber. Ich wollte mal hier... Was? Ingo, mein Lieber. Ingo, alter Knochen, hi. Alles gut, Mensch, ich lass mich gehen. Hallo, hier. Ingo, mein Lieber. Ich wollte mal hier... Wollte, das ist doch nicht seine Stimme. Ich wollte mal abhängen, Abend. Weißt du, wo ich versacke. Wollte mal ein Zeichen. Ja, gerne. Ja, ja. Komm rein hier. Ingo, naja, komm mal rein. Kannst auch mal was wegstecken. So ein richtiges Futterloch. Mal gucken, ob du mal länger kannst. Zwei Minuten. Und was ist das hier für ein Laden? Erstmal. Hier, lass dir alles von Ingo erklären. Moin, mein Name ist den Karlsruhe von der Reeperbahn. Und wir sind jetzt hier in der Nummer 1. Warum lasst du denn jetzt? Okay, mach jetzt. Wir sind in der... Nein, nein, nein. Das meint er nicht ernst. Das meint er nicht ernst. Bruder, kann sein, dass Sabex sein verschmuttliches Streamingzimmer verlassen hat und auf einmal ein Hausbesitzer an der Reeperbahn ist. In FIFA würde man klassisch sagen, Sabex hat eine Inform. Das ist eine Sidequest von ihm. Oh, okay, okay. Nummer 1 im Susis. Susi Schober. Das kann man hier auch für Geld... Das erste Mal am Rotlicht oder was, ne? Das ist das erste Mal hier auf jeden Fall. Das ist hier Table Dance, Strip Deans, ne? Hier geht's immer ab, ne? Hier sind die Mädels immer und machen immer Actionchecksen. Das Ding dreht sich noch und dann kannst du dich hier vorhin setzen mit ein paar Dollars und dann steckst dir was zu. Ich hab manche Gagen hier schon verwallert drin. Kannst du hier holen, sitz ich nach vorne. Sei denn nachher dann auch noch da? So, komm, ehrlich, zeig dir noch mehr hier. Ja, Egon sitzt immer hier in der ersten Reihe. Der lässt das hier auch immer knallen. Als du hier eine Dame tanzen siehst, gehen da manchmal die Gefühle ein bisschen durch. Und du denkst dir... Ja, da wäre ich romantisch. Sind Zwinge nämlich zu? Ich sage, komm, Egon, ich merke schon an deinem Blick. Ja, ja. Oh, ja. Ich hab grad das Gefühl, das ist eine Simulation, ne? Sie geht ins Separe und ich kriege da von mir seine Ecke. Was tat passiert, das weiß nur Egon. Hier kannst du hinsetzen, ganze Flaschen aufmachen, machst du vorhin zu und dann... Ja. Ist das quasi so wie bei GTA, so stelle ich mir das vor. Hast du schon mal GTA gezockt, Egon? Nö. Ja. Ich den Susi Schobach. Ja, scheinbar draufgeschissen. Wie viele Damen kann man sich hier bis zu... Bis zu wie viele Damen kann man sich in diesem Abteil jetzt hier buken? Tu, das ist immer eine Frage der Kreditkarte. Ja. Alle. Bruder. Ich bin ein Fan von diesem Typ. Zehn, zehn zum Beispiel? Alle. Auch unterschiedlich. Ich glaube, am Abend sind wir zehn, 15. Ab Mittwoch immer offen. Ab 21 Uhr können wir immer vorbeischauen, hier im Susi. Pass auf. Hier spielt sich alles ab. Hier sind die Sitzplätze. Ja, ja, okay. Und hier sitzen dann die Leute alle drumherum. Und der Hauptteil ist hier. Ach so, wird man hier dann jetzt auch tatsächlich angetanzt? Also jetzt... Die Mädels kommen auch mal fragen, ob alles okay ist bei dir. Die Mädels entscheiden, wie weit du gehen kannst, aber dir geht's nicht falsch. Ihr müsst das machen, um es rauszufinden. Ja, wenn Egon hier ist, gehen wir mal eine Runde spazieren, trägen wir mal Ali vor. Trägen wir ein, zwei Schluck. Und dann sind wir auch hier bei den Mädels, mal hallo sagen. Blue Night 1, der Ältesten. Schön klubsen auch hier auf dem Kiez. Können wir her, ihr mein Schatz. Maxim, dann mal hallo. Hi. Hallo. Ja, Leute, das ist Maxim. Maxim, Egon. Wir kennen uns gar nicht schon noch. Egon, kennst du diese Frau? Es war dunkel. Es war dunkel. Er merkt sich, dass er immer. Kennst du den Egon? Ja. Was habt ihr denn... Woher kennt ihr euch, oder? Geheimnis. Und sonst alles gehört? Ja. Hast du alles im Griff? Ja. Ja, Leute, das. Okay, bis später. Ja, Egon, äh... Ja, das geht halt hier ab. Man verliert manchmal die Kontenanz. Naja, wir haben halt auch Exoten. Pass auf, wenn ich hier abgebechert habe oder so... Däger, es ist gerade alles eine Simulation. Da gehe ich dann zum Absacker hier noch in den Elfshowskeller. Ist ja eigentlich auch deutschlandweit berühmt. Hier ist halt ein 24-7, geht's hier halt ab. Na? Wird hier getrommelt. Können Sie noch mal... Eeeh, oh mein Adi, ja. Super, sie ist so saule, Pyjama, ey, nur. Wenn Joks meh, weh'n Lime. Wunderbar. Wunderbar. Mein Kambu. Komm mal rein, ey, wir gehen mal rein. Die Tanten, die da gerade rauswackeln, haben behauptet, sie würden gerne im asozialsten Laden Deutschlands feiern. Und ich so, nein, tut ihr nicht, ihr hofft einfach nur, dass Daniel euch ein Küsschen gibt. So. Hi, grüß dich. Guckst du nicht hier der Porno-Ralle? Ja, nee, Egon. Porno-Ear. Und deine Kollegin hier, die Cat Cox, die hat uns mal geholfen während der Pandemie. Ja, genau. Die hat einen getragenen Schlüpper versteigert, genau. Ist die Ehre, dich mal kennst du? Ja, kein Thema. Die Hand schon überall war, doch. Ja, ha, 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 ha. Ja, siehst du, so treibe ich dann, vertreibe ich meine Zeit hier immer, ne? Hier, nette Mädels, guck dir mal das Sahnetal. Oh mein Gott. Das ist aber auch ein Kracher, ne? Ja, Wahnsinn, ja. Ist neidisch, ne? Ja, extrem. Jetzt mache ich mal ganz anders Promo. Guck mal hier den Hintern an und vor allen Dingen, guck mal hier. Oh, ist das ein Arschhammer. Leute. Oh. Ja. Oh. Oh, ist das ein Arschhammer. Oh, ist das ein Arschhammer. Leute. Da bist du belassen, ne? Jetzt kann man den Damen einfach Geld zustecken. Ja, ja. Und dann werden sie auch bereit, einen Private-Tanz zu machen. Dann geht's ab. Ich hab sie schon gebucht. Die Tanz nur für mich. Das war ja interessant. Ja, also ich hoffe, der kleine Rundgang hier, meine zweite Heimat, hat dir gefallen, ne? Ich bin verstört für mein Leben, aber es war interessant. Und check da nochmal Egon und seinen Shop ab. Das T-Shirt. Das ist mein Podcast, die zwei von der Frittenrennen. Stimmt. Da rede ich über meinen Beruf so ein bisschen. Check das Ganze mal ab und lass ein Like da bis zum nächsten Mal. Crazy Ding. Digger, er war für mich, hätte ich seine Bandi-Stimme, wäre crazy. Crazy. Crazy.